... ... ... ... ... Der Showdown hat. Wie macht man das denn, wenn wir nach vierten Rennen ungleich sind? Dann fahrt das einfach nochmal ein Rennen. Dann fahrt nochmal 20 Runden alleine. Ich hab da kein Vertrag mit. Nein, wir fahren noch ein Rennen ohne Licht hier. Also wenn bei Formel 1 geht es nicht? Erstmal gewonnene Rennen und dann Rundenzeiten. Ich wollte Rennen kein Profis, ja gut. Wir haben niemals überholen, das haben wir nachgeschreitzt. Die ganze Chance, die wir haben. Genau. Wer ist zweiter? Alex. Alex, die Brücke ist zweiter. Ja, was sind wir da? Der Kurs war, ich bin nur 61, ich riss mich doch nicht. Ja, die müssen wir hier noch ein bisschen breiter machen. Für ihre Vorladung wahrscheinlich. Wer ist, äh, Ingo dritter? Ingo da, Ingo noch. Ingo! Alter Mann, komm endlich! Im nächsten bisschen fünf Minuten bevor die Zeit zum Start. Das ist natürlich gleich nochmal anwärmer. Hast du gemerkt? So als ob sie die Brücke schleifen lassen, die Männer. Ingo auch nicht die Brücke. Ah, der ist vierter. Jetzt hat der Ingo noch mal vor. Geil. Die Leute, wenn ich in die Kurve schieße, sind egal. Wie gesagt, das ist Doppel. Ja? Doppel ist wie gesagt. Ja, wir haben ja schon andere. 5 Uhr, 8 Uhr, andere Leute. Andere Seite. Der ABD? Nein! Nein! Nein, das ist doch nicht bekannt. Ich dachte immer, die Weihnachten muss ich nicht. Jetzt kommt der Klima wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Dann haben wir auch nicht die Karten für... Ja, aber nicht nur die Karten. Schluss, wir essen jeden Tag noch Spezialbehandlung. Ah! Aber was, das habt ihr auch wieder das ganze Arbeit davon? Ja. Ja, klar. Die älteren Herren, die ich einpacken, dann hält sich auch gerne. Oh. Entschuldigung. Du standest ja gerade da. Jetzt eindeutig. Fuck. Ah. Gut. Kannst mal hinten. Ja, ja. Wo ist sonst? Wo ist sonst? Bei mir ist das lieber einfach. Oh, jetzt müssen wir es weiter. Wie auf der Innenwahl. Kurt, versetzt! Nein! Einfach mal halbenscheißen. Du gehst da raus. Komm. Ich schnapp dich. Du bist zum Kurt. Woher ist? Ich kann das, ja? Hey. Oh, Jungen. Não. Hallo. Oh, jetzt gehen wir wieder hier ja. Oh, jetzt gehen wir wieder. Oh, jetzt gehen wir wieder mal in den Kratzen. Oh, jetzt mal bitte. Oh, jetzt gehen wir wieder mal in den Kratzen und über die Ente kurz vor. Ja, sicher. Jetzt gehen wir an in die Hälfte. Also gehen wir wieder mal. Ja, wir gibt es irgendwie immer noch nicht. Danke, Ingo! Tut mir leid! Wir haben einen Fehler gemacht! Ich muss rollen und bremsen! Du nicht! Das weiß ich doch nicht! Alex! Du weißt nicht an! Es war zu spüren! Du weißt! Du weißt! Na, kommst du her! Oh, steht ihr da rum? Na, mir erinnert hab ich zweimal! Ich hab schon gesagt, was ich heute gesagt habe. Ich mach jetzt erst mal noch die Uhr. Oh! Sorry, Rego! Oh, das ist super! Oh! 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 Ich hab drei in einer Runde! Wie gibt es jetzt hier, wenn nicht mehr ein Erster ist? Nur, hat er eigentlich gegeben? Ich hab noch einen Seite! So, wir haben das jetzt mal wieder einen Runde! Oh, hier habe ich jetzt mal wieder ein Runde! Und hier habe ich jetzt mal wieder hier! Und hier habe ich noch eine Runde! Und hier haben wir die Runde! Und hier haben wir das auch schon mal wieder! Oh! Und hier haben wir jetzt noch etwas gesagt! Und es ist immer noch etwas zu tun! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020